Ja, Fabian, willkommen in Berlin erstmal nochmal von unserer Seite aus, ganz kurz direkt die Einheit heute, wie bewertest du die, was war los? Ja, zwei gegen zwei, viele intensive Zweikämpfe, ich glaube, war gut Zug im Training drin, direkte Duelle, mag ich, schön Feuer drin, kurz und bündig, ich glaube, ein bisschen geschwitzt haben wir auch, von daher, das passt da rein. Es ist ja eine besondere Situation, viele Spieler sind da, von denen man auch weiß, dass sie nicht mehr lange hier sind und du kommst neu in diese Situation, in diesen Verein rein, wie nimmst du das alles wahr, also auch von der Atmosphäre? Ja, also klar kann man sich da jetzt lange drüber unterhalten, für mich persönlich geht es darum, hier anzukommen, ich habe meine und einzig und allein meine Leistung im Kopf, dass ich die bestmögliche bringe, da habe ich auch Einfluss drauf, da versuche ich jeden Tag Gas zu geben, an mein Limit zu kommen und den Rest, den habe ich nur bedingt unter Kontrolle und vor Ort. Von daher verschwinde ich da gar keine Gedanken dran. Was ist dein Plan, ganz konkret, also wie gesagt, die Situation ist komplex, aber was hast du dir vorgenommen, wie du dem Verein möglichst schnell helfen kannst? Ja, ich glaube, meine bestmögliche Performance auf den Platz zu bringen, da wo ich letzte Saison aufgehört habe, anzuknüpfen, mich zu verbessern in allen Bereichen und mit Leistung auf dem Platz vorangehen. Ich glaube auch, dass ich kommunikativ bin, dass ich die zweite Liga die letzten Jahre kennengelernt habe und von daher von ersten Tag an wurde ich hier super aufgenommen und fühle mich direkt sehr wohl und von daher ist es mir leicht gefallen, hier Fuß zu fassen und von daher sollen die Anpassungsschwierigkeiten möglichst schnell weg sein. Du hast ja im Winter dich schon für Hertha entschieden. Wie hast du seitdem deinen künftigen und jetzigen Arbeitgeber verfolgt? Ganz klar muss ich hier auch ehrlich und offen sagen, dass Bundesliga mein klares Ziel war. Ich wollte im Winter hier schon helfen. Hat leider nicht geklappt aus diversen Gründen. Letztendlich, klar, das letzte halbe Jahr, ich glaube, da haben zwei Herzen in meiner Brust geschlagen. Einmal von Holstein, wo ich am Wochenende unter Vertrag war, wo mein Heimatverein ist. Ja, und Hertha, weil man mitgefiebert hat, man hat gehofft, man hat gebankt. Und klar, wenn die Spiele verloren gehen, Samstagabend und man muss Sonntag auf dem Platz stehen, ist das eine Herausforderung für den Kopf. Aber hat mich auf jeden Fall sehr reifen lassen das letzte halbe Jahr. Überhaupt so die letzten Jahre, ich weiß ja nicht, inwiefern du dich vor dem Winter mit Hertha beschäftigt hast, aber es war ja für Spieler, die hierher gekommen sind, oft eine kuriose Situation, eine schwierige Situation, weil eigentlich immer Dauerkrise war bei diesem Verein. Wie hast du Hertha auch davor vielleicht wahrgenommen? Ich glaube, es ist immer eine Frage der Perspektive. Wenn man das Glas halb leer sehen möchte, dann konzentriert man sich auf die Probleme. Wenn man das Glas halb voll sehen möchte, sieht man die Hauptstadt, man sieht einen Riesenklub, der großes Potenzial hat, der höher hinaus möchte, der seine Hausaufgaben machen möchte und langfristig erfolgreich sein möchte. Ich möchte Teil davon sein und ich möchte einfach dem Verein dahin führen, wo er hingehört und wo er es verdient hat. Und daher konzentriere ich mich voll und ganz auf die positiven Aspekte und freue mich, unglaublich hier zu sein. Bevor du so richtig sportlich durchstarten kannst, haben mir deine Fingernägel schon für so ein gewisses Echo gesorgt. Vor allem in sozialen Medien ganz viel positives Feedback. Wie hast du das verfolgt? Wie nimmst du das wahr? Ja, diese Woche, neue Woche, neue Farbe, hellblau. Ja, also erstmal dazu, ich habe das auch schon in den Medien gesagt, dass ich dafür stehen möchte einfach. Ich habe ein bisschen eine andere Frisur als der Prototyp Fußballer. Ich trage Nagellack. Ich stehe für meine Meinung ein und ich stehe auch für die Werte ein, die ich vertreten möchte. Und ich möchte als Vorbild die Chance nutzen, die Chance, die man als Fußballer hat, eine Meinung preiszugeben und denen da draußen zu sagen, pass auf, traut euch einfach das, worauf ihr Lust habt und es ist völlig egal, was andere sagen. Und klar, freut es mich umso mehr, wenn ich dadurch welche ermutigen kann und wenn man Zuspruch bekommt. Aber es geht eher darum, dass Menschen da draußen den Mut bekommen, es auch zu machen. Und klar hat man auch da ein paar Menschen, die anderer Meinung sind, was auch völlig deren gutes Recht ist. Solange es nicht unter der Gürtellinie ist, kann doch jeder auch sagen, dass es scheiße aussieht. Das ist ja, Geschmäcker und Geschmäcker sind verschieden. Warst du denn immer so einen Typ oder hat sich das auch im Laufe der Zeit entwickelt, vielleicht auch jetzt mit dem Wechsel nach Berlin, wo man das vielleicht etwas stärker ausleben kann als in kleineren Städten? Ja, ich glaube, es hat mit der Stadt weniger zu tun. Ich glaube, wenn man erwachsen wird, erwachsen ist, dann findet man irgendwann eine Persönlichkeit oder baut sich die und einen Charakter. Und ich glaube, das sind Schritte, die man da geht, das ist nicht von heute auf morgen so. Da probiert man mal was aus, findet das gut für sich, findet das nicht so gut. Und das ist über die letzten zwei Jahre relativ mehr geworden. Eine Partnerin in meinem Leben, die mich da auch zu ermutigt, dass wir da unseren eigenen Weg gehen, sagen wir eigentlich immer. Und dass wir glücklich sein müssen. Und ja, das klappt ganz gut. Und von daher, ich glaube, dass das Step by Step geht, sowas. Und dass nicht von heute auf morgen man genau so gefestigt ist, glaube ich. Du sagst, du hast jetzt nicht so die Frisur wie der Prototyp-Profifußballer. Siehst du den Profifußball dann vielleicht auch so ein bisschen kritisch, dass es alles überspitzt ausdrückt so ein Einheitsbrei auch ist? Dass viele sich da Dinge abgucken von anderen und anderen nacheifern oder dass das zu wenig Persönlichkeit ist? Das spielt jetzt vielleicht auch ein bisschen in die Diskussion rein, die wir gerade über den deutschen Nachwuchsfußball haben. Also ich glaube, da möchte ich mich gar nicht zu äußern. Das Recht steht mir gar nicht zu, da irgendwie eine Meinung abzugeben. Ich persönlich sage, dass es mir gut tut, das zu machen, was mir gut tut und worauf ich Lust habe. Und da würde ich viele gerne ermutigen, das auch zu machen. Aber es ist in jeder Branche ja so, dass es grundsätzlich da so vielleicht Prototypen bzw. gewisse Vorurteile gibt, die einen stimmen, die anderen stimmen nicht. Dazwischen liegt, glaube ich, die Wahrheit. Ich kann nur für mich sagen, dass man mich vielleicht, wenn man mich auf der Straße sieht, jetzt nicht direkt sagen würde, wenn ich nicht nur kurz Hose anhab und man die Waden vielleicht sieht, dass ich Sportler bin. Von daher, jeder soll machen, wie er es für richtig hält. Da möchte ich gar keine, also gar keine Meinung irgendwie zu abgeben. Du kennst die zweite Liga sehr gut. Worauf kommt es an in dieser Liga und welchen Eindruck hast du vom Kader? Es ist ja noch sehr viel Bewegung drin in beide Richtungen bei euch. Welchen Eindruck hast du vielleicht auch vom Trainer? Ja, die zweite Liga, um so anzufangen, ist eine sehr, sehr enge Liga. Relegation schon gehabt, unten mal mit drin gespielt. Also die ganze Bandbreite, das ist Tagesformentscheidend. Ich glaube, es ist noch häufiger, dass der Erste gegen den Letzten verliert als in der Bundesliga. Das sind sehr enge Spiele, wo es um Grundtugenden geht. Und dann am Ende sich doch die Fußballerisch bessere Mannschaft häufiger durchsetzt. Aber meistens die Spiele bis zur 60. Minute sehr, sehr offen sind oder noch später entschieden werden. Ja, wir haben eine komplett neue Mannschaft hier, viele Junge. Natürlich wird da noch was passieren. Wir werden nicht so, wie wir heute auf dem Platz gestanden haben, glaube ich, am ersten Spieltag auf dem Platz stehen. Das ist völlig normal. Das ist aber, glaube ich, bei anderen Vereinen auch so. Bei den einen weniger, bei den anderen mehr. Ja, es ist eine große Herausforderung für den Verein, diese Zeit. Es ist aber auch eine große Chance für die nächsten Jahre oder für die nächste Zeit Grundsteine zu setzen. Und ja, der Trainer moderiert das sehr gut. Ich glaube, es ist auch eine riesen Herausforderung, auch für den Trainer mit so vielen unterschiedlichen Charakteren. Und in dieser Situation, die einen wollen gehen, die anderen wollen bleiben, die anderen wollen sich durchsetzen, beweisen, da immer das richtige Händchen zu haben. Und bis jetzt, glaube ich, kann man hier jeden in der Mannschaft fragen. Fühlt er sich sehr gut aufgenommen, sehr transparent und fairer Dialog. Von daher, im Endeffekt zählt Leistung. Und wenn du Leistung bringst... Du musst im Januar die Gespräche geführt mit Freddy Bogic und Sandro Schwarz, beide nicht mehr da, so kurz schlucken müssen, aufstrecke? Ja, also Fußball ist ein Tagesgeschäft, sagt man so schön. Sicherlich spricht man mit Menschen und malt sich da im Kopf irgendwas aus und hofft, dass es so oder so ist. Und im Endeffekt kommt im Leben das komplett anders. Von daher, ja, kann man nicht länger als, glaube ich, eine Woche im Voraus planen. Von daher freue ich mich einfach auf die Zeit hier. Der Verein ist der gleiche, das ist die Hauptsache. Ich spiele unter den gleichen Farben. Die handelnden Personen haben sich verändert, aber ich glaube, das bedingt nur mein Leistungsvermögen, dass das sich dadurch verändert oder sonst was. Am Endeffekt spielen wir weiter 90 Minuten. Ich spiele außen, laufe die Linie hoch und runter. Und am Endeffekt versuche ich, viele Tore zu schießen und vorlang zu gehen. Kannst du nochmal damit hinnehmen, zu dem Zeitpunkt, wo du dich dann wirklich für den Exit entschieden hast, beziehungsweise auch die Zeit danach, gab es da nochmal eine Exit-Strategie? Gab es vielleicht eine Klausel, irgendwas in die Richtung? Hast du nochmal aktiv gesagt, ich ziehe das jetzt durch? Ja, also ich frage nochmal kurz in die Reaktion, ob wir den Vertrag sonst nochmal aushändigen können. Nein, Spaß, da war kein Exit oder sonst was. Überlegung, weil ich glaube, ja, ich habe viel versucht im Winter hierher zu kommen. Ich hatte einige andere Möglichkeiten. Ich war vollkommen überzeugt von dem Projekt. Entscheidung sechs Monate später zu bewerten, ich glaube, im Leben ist immer nicht fair einem selbst gegenüber. Da hat man immer noch eine schlaue Idee, ja, so hätte ich es mal machen müssen, hätte es mal so gemacht. Aber vielleicht wäre es dann komplett anders gekommen. Im Endeffekt bin ich jetzt hier, wie anfangs gesagt, total froh hier zu sein. Ich glaube, die Mannschaft hat mich gut aufgenommen. Ich passe bislang. Ich habe in zwei Wochen jetzt in Berlin so viel herzliche, liebe, warme Worte und Zuspruch bekommen. Das ehrt mich total und ich gebe alles, um das zurückzuzahlen. Ja, tatsächlich war das ein Tag der unterschiedlichsten Gefühle. Ich habe meine Abschiedsfeier zu Hause gefeiert und habe bei Sky Go auf dem Handy das Spiel geguckt. Und ja, es ist sicherlich emotional, wenn man die Heimatstadt verlässt und da schöne Jahre hatte. Dann der Knockout kurz vor Schluss war natürlich sehr emotional. Dennoch musste man auch, bin ich Realist, war die Wahrscheinlichkeit geringer. Wir haben alle gehofft, wir haben geträumt und es wieder, wie eben gesagt, ausgemalt. Aber dennoch war die Wahrscheinlichkeit ja sehr gering. Und trotzdem, wenn es dann endgültig ist, ist man natürlich traurig. Und mitgelitten habe ich auch. Ich hatte auch mit ein paar Leuten Kontakt in der Rückserie. Aber ja, im Endeffekt ist es jetzt so und das ist Schnee von gestern. Gut, hattest du Berlin vorher schon, also als Stadt. Und wo bist du jetzt so angekommen, in welcher Ecke? Ja, ich wusste auf jeden Fall, wo es auf der Landkarte ist. Ich war hier ein, zwei Mal, war ich aber noch ein bisschen jünger. Meine Haare waren länger. Ja, jetzt bin ich noch im Hotel mit meiner Freundin. Wir sind auf der Suche nach einer Wohnung. Und mal schauen, wo es hingeht. Ja, mehrere Aspekte spielen da eine Rolle. Und von daher bin ich mit gutem Mut, es da was zu finden. Du hast eine deiner Wohnungseinrichtungen im Spiel, glaube ich, bei Instagram, angeboten. Wie war so die Resonanz und wie hat das funktioniert? Waren es nur Holstein-Fans oder Hertha-Fans, die dann gekommen sind? Ja, das war ja auch eine Meldung. Ich glaube, viele machen das. Das sieht man gerade bei Studenten und dachte ich, warum kann ich das nicht auch mal versuchen. Ich glaube, da darf man sich nicht zu schade für sein oder sonst was. Hat gut geklappt. Das eine oder andere ist weggegangen. Das eine oder andere steht da noch. Hat jetzt die Familie bekommen. Von daher, die Resonanz war gut. Klar waren da auch, wie bei Ebay mal was verkauft, das weiß jeder. Da kommen ab und zu dann auch Anfragen, die vielleicht ein bisschen mühsam sind zu beantworten, weil die Preise da ein bisschen unverschämt sind. Aber ein oder andere netten Dialog dadurch gehabt und zielführend die Sachen verkauft. Im Endeffekt darum ging es. Hast du den Skips über dir nach Hertha mal erkunden, die letzten Tage oder was? Wir haben Kontakt, das war nicht Thema während des Kontaktes. Super Typ. Ich habe eine sehr gute Zeit in Kiel mit ihm gehabt. Was er aber im Sommer macht, das war eigentlich gar nicht unser Dialog. Du hast schon angesprochen, wie erlebst du die Arbeit mit Paul Daday? Ich glaube, Fischen könnte gemeinsames Hobby zumindest sein. Ja, auf jeden Fall mit seinen Söhnen habe ich schon über Fischen gesprochen. Ich weiß jetzt nicht, inwiefern der Trainer Lust hat, mit mir angeln zu gehen. Ich glaube, wir verbringen gerade sehr viel Zeit hier auf dem Trainingsplatz zusammen. Da ist man ganz froh, ohne dem anderen zu nahe zu treten, wenn man mal seine eigenen vier Wände oder das Hotelzimmer hat. Ich war im Angelurlaub auf jeden Fall in Norwegen. Es gibt mir sehr viel. Zur Frage zurück, mit dem Trainer, bislang kann ich nichts Negatives sagen. Super. Kurzum. Du hast gesagt, Angeln gibt dir viel. Es gibt ja wirklich so Momente, wo man sagt, man kommt komplett runter. Was passiert da oder wie kamst du dahin zum Angeln? Ja, ich bin damit aufgewachsen. Ich glaube, wenn man im Kindesalter von den Eltern oder von den Großeltern was mitbekommt, dann ist das irgendwie gefühlt in der DNA drin. Ja, und mir gibt das jetzt mittlerweile in einem sehr hektischen und medienüberfluteten Alltag sehr viel Ruhe. Es geht gar nicht darum, um unbedingt zig Fische zu fangen, sondern einfach die Natur zu genießen, ein bisschen runterzufahren, mal nicht so viele Einflüsse zu haben. Und das ist, glaube ich, gerade in der heutigen Zeit selten geworden. Handy mal zur Seite und einspannen. Wenn du es richtig gesehen hast, hast du, glaube ich, auch bei Instagram so ein bisschen deinen Kanal auf Null gesetzt, in Anführungszeichen jetzt zum Sommer. Ist das auch Teil davon, dass man so ein bisschen bewusst dann mit den Medien umgeht oder vielleicht für sich auch so ein neues Kapitel ideal ausspricht? Ja, man hinterfragt oder ich hinterfrage auf jeden Fall öfter mal Dinge. Und ich glaube, es ist eine News-Plattform oder ich gebe da Dinge über mein Leben, Preis. Ich glaube, da ist immer so die Frage, wie viel möchte man preisgeben, wie viel kann man preisgeben, was zu viel, was zu wenig. Jetzt habe ich erst mal da ein paar Bilder rausgenommen und möchte einfach auch Instagram ein bisschen anders nutzen. Und von daher schauen wir mal, was da in Zukunft auf uns zukommt. Aber grundsätzlich ganz über allem steht Fußball und darauf möchte ich mich konzentrieren. Und wenn es Instagram morgen nicht mehr geben würde, dann wäre es auch völlig in Ordnung für mich. Danke. Okay, vielen Dank. Super. Danke dir vielmals. Danke schön. Danke. 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 Danke.